Predigt für den 15. Oktober 2023, Baddorf-Hermann-Lingendorsten, 10. Oktober 2023 Seit Jahrzehnten beschäftigt nicht nur die katholische Kirche die Frage, was Papst Pius XII. vom Holocaust wusste und warum er sich nicht energisch dagegenstellte. Ein Brief schafft nun Klarheit. So eingangs im Artikel Papst Pius XII. und der Holocaust-Tagesschau, 8.10.2023 Weiter heißt es, die alarmschlagende Botschaft im Schreiben an das Sekretariat von Papst Pius die Nazis machten tatsächlich ernst mit der Ausrottung der Juden und Polen. Zunächst, Giovanni Boccoco hat im Vatikanischen Archiv einen Brief entdeckt, datiert auf den 14. Dezember 1942. Darin geht es laut Artikel um Informationen, die im Widerstand kursierten. Was irgendwo kursiert, muss deshalb noch nicht absolute Wahrheit sein. Jeder kann selbst Nachforschungen anstellen zu Themen wie Vergasungen in Dachau, Judenseife, Hermann Rosenblatt und Michael de Vonseca. Im ARD-Text Auschwitz Geschichte einer Todessabrik heißt es, nach dem Krieg vermutete man zunächst 2,5 bis 4 Millionen Tote, da die Nazis die Zahlen offenbar selbst übertrieben hatten. Heute gehen Forscher davon aus, dass mindestens 1,3 Millionen Menschen nach Auschwitz deportiert wurden. Revisionismus, das heißt die Überprüfung von Informationen, die kursieren, ist somit zwingend notwendig. Der Tagesschau-Text beschreibt den Brief, ein Dokument, in dem der Vatikan darüber informiert wurde, dass täglich die Leichen von 6.000 Menschen, vor allem Juden und Polen, vernichtet werden in den SS, Verbrennungsölfen in der Nähe von Rava Ruska, also im Vernichtungslager Belsic. Täglich 6.000 Leichenverbrennungen, eine wahrlich überwältigende Zahl, wenn in Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern täglich nur ca. 2.300 Menschen sterben. Unklar ist, auf welchen Zeitraum sich dieses täglich bezieht. Zudem muss man bei Todeszahlen immer fragen, wie alt und gegebenenfalls krank die Verstorbenen waren, und vor allem zählt jeweils die genaue Todesursache. Nicht jeder Tote ist Opfer eines Gewaltverbrechens, und jeder Mensch ist dem Tod unterworfen. Aber 6.000 Leichenverbrennungen beim Konzentrationslager Belsic, in heutigen hochmodernen Krematorien, werden Leichen in einem Sarg bei ca. 1200 Grad Celsius eingeäschert. Durchschnittsdauer 90 Minuten. Revisionisten geben normalerweise zu, dass in den Konzentrationslagern der Nazis andere technische Ausrüstungen bestanden als in heutigen hochmodernen Krematorien. Auch glauben nicht alle Revisionisten, dass die damalige Leichenverbrennung erheblich kürzer dauerte als heute. Ist es möglich, dass Papst Bius XII. zweifelte an der Glaubwürdigkeit der Informationen, die im Widerstand kursierten? Jedenfalls geht es ja um genau diese Frage. Was wusste Papst Bius XII.? Besteht jetzt tatsächlich Klarheit, dass Papst Bius XII. wusste, dass 6.000 Leichenverbrennungen täglich im Konzentrationslager Belsic nicht nur ein Gerücht, sondern Realität waren? Und nochmals, die ARD selbst meldete, nach dem Krieg vermutete man zunächst 2,5 bis 4 Millionen Tote, da die Nazis die Zahlen offenbar selbst übertrieben hatten. In jedem Fall wusste der Papst, dass Menschen zu Übertreibungen fähig sind. Und manche kennen das Zitat, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Was also sollte der Papst mit diesen Informationen, die laut Brief im Widerstand kursierten, anfangen? Was waren diese Informationen eigentlich wert? Wieder der Tagesschau-Text. Koko weist darauf hin, dass Lothar König, der Kurier des Kaisauer Kreises, in dem Brief auch um Stillschweigen und Vorsicht bittet. Möglicherweise, meint Koko, liege darin eine weitere Erklärung für das öffentliche Schweigen, Pius zu den Nazi-Verbrechen. Also im Grunde lautet doch wohl die eigentlich alarmschlagende Botschaft des Briefes, dass der Papstbeäußerungen über das Nazi-Regime vorsichtig sein möge. Was immer du tust, das solltest du klug tun und beachte das Ende. Spätestens jetzt muss man sich fragen, inwiefern dieser Brief Klarheit schafft, ja weswegen dieser Brief überhaupt eine Erwähnung bei der Tagesschau wert war. Ganz klar ist, es wird hier wieder ein Vorwurf aufgewärmt, der erst kurz nach dem Tod von Pius XII. aufkam, aber seitdem hartnäckig propagiert wird. Da schweigen zu und vor allem die Schuld des Papstes an der Ermordung von 6 Millionen Juden. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Theaterstück von Rolf Hoboth, der Stellvertreter. Im März 1963 veröffentlichte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Karl Fürst zu Löwenstein, eine Erklärung. Die deutschen Katholiken können nur traurig und beschämt davon Kenntnis nehmen, dass im freien West Berlin ein Theaterstück der Stellvertreter aufgeführt wird, in dem das Andenken Papst Pius XII., dessen wir in größter Liebe und Verehrung gedenken, auf das Hässlichste verunlimpft wird. So soll einer der edelsten Männer, den unsere Generation hervorgebracht hat, zum Schuldigen gestempelt werden für das, was Deutsche getan. Wenn aber wir als Deutsche uns so ein Theater gefallen lassen, ohne es erbittert abzulehnen, machen wir uns wieder einmal anstößig vor aller Welt. Im Mai 1963 gab es wegen des Hochhuttheaters eine kleine Anfrage von mehreren Bundestagsabgeordneten. Muss es die Freunde unseres Volkes nicht befremden, wenn gerade von deutscher Seite in Papst Pius XII. eine Persönlichkeit angegriffen wird, die nicht nur den Juden während der Verfolgung durch das Naziregime tatkräftig geholfen, sondern auch während der gesamten Zeit ihres Wirkens dem deutschen Volk besonders nahe gestanden hat. Der Bundesminister des Auswärtigen antwortete, der verstorbene Papst hat bei verschiedenen Gelegenheiten seine Stimme gegen die Rassenverfolgung im Dritten Reiche erhoben und so viele Juden wie möglich dem Zugriff ihrer Verfolger entzogen. Das macht eine Herabsetzung seines Andenkens gerade von deutscher Seite besonders unverständlich und bedauerlich. Der Germanist und Literaturwissenschaftler Wilhelm Grenzmann verfasste für die Deutsche Zeitung einen längeren Artikel über Hochhutsstellvertreterüberschrift »Blinder Hass auf Pius XII.« Darin zitiert Grenzmann den Oberrabbiner von Rom, Elio Tauhoff. »Mehr als jeder andere haben wir Gelegenheit gehabt, die große mitfühlende Güte und Hochhänzigkeit des Papstes während der Unglücksjahre der Verfolgung und des Terrors zu erfahren, damals, als es schien, dass es nun für uns keinen Ausweg mehr gäbe.« Also das Narrativ von einer Schuld des Papstes an der Judenverfolgung kam ohnehin erst nach seinem Tod auf. Und auch jetzt geht es in Wahrheit gar nicht um irgendeinen Brief, der ohnehin nicht wirklich informativ ist. Der Tagesschau-Text fragt »Was bedeutet das für die Seligsprechung?« Die Tagesschau behauptet permanent, dass die Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils die katholische Kirche sei. Die echte katholische Kirche wird durch den Schmutz gezogen, nicht zuletzt durch die Verunlimpfung ihres bislang letzten Papstes, Pius XII. Der Novus Ordu, die neue Weltordnung von Vatikan II, baut auf lauter Lügen auf und gerne bedient sich die V2-Gruppe der Verleumdung. Irgendeine sogenannte Seligsprechung seitens der V2-Gruppe ist für Katholiken bedeutungslos. Zudem spricht sich die V2-Gruppe obendrein im Hauruck-Verfahren selbst heilig. Für den sogenannten Konzilspapst Giovanni Battista Montini, Pseudonym Paul VI, gestorben 1978, eröffnete Voetila 1993 das Seligsprechungsverfahren. Nach Vorarbeit durch Ratzinger 2012, besorgte Bergoglio 2014 die Seligsprechung und 2018 die Heiligsprechung. Beenden wir den Blindenhass auf Pius XII. Verkünden wir den Wahlspruch von Pius XII. Opus Justitiae Pax Gerechtigkeit schafft Frieden. Amen. Zudem A